So, jetzt einmal hier die 3 fahren, die Pipeline fahren. Hier sind einige Loot Bugs. Oh nein, geht von Warn, von Warn nach. Will ich durchfahren? Ah, du Assi. Oh, Mann. Einige, Alter. Hier ein bisschen hoch, ne? Standard, normal. Kein Thema. Da ist schon die zweite. Hier so ein bisschen bergauf, kein Thema, aber jetzt, das war so asozial, das richtig zu platzieren. Ich hab's gehasst. Man sieht auch, wie ich hier die Plattform nochmal aufkloppen musste. Ich hab mich mit meinem Geschütz zum Glück geschützt. Hier musst du so eine scheiß Kurung machen, wenn ich hier hochkomme. Ey, was ist das? Wer hat das hier platziert? Was ist das für eine Scheiße? Hier oben. Alter. Aber jetzt, zur Belohnung, einmal runterfahren, das ist geil. Das ist richtig geil. Hier unten wird mich safe mit einer Loopback aufhalten. Ne, ne. Okay. Ich bin der König von Pikes. Ich bin der König von Pikes. Ich bin der König von Pikes.